Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bushcrafte ich Kastanierten. Kastanierten sind ein Rhythmusinstrument, das aus zwei kleinen Holzteilen besteht, die man so aneinander schlägt. Je härter das Holz, desto heller ist auch der Klang. Das Holzstück, mit dem wir anfangen, sollte in etwa 5 cm breit sein und 7 cm lang. Das kann entweder von einem Ast sein, wie dieses hier, oder einfach ein Stück von einem Feuerholz. Und mit dem werde ich jetzt weiter machen. Da beide Holzteile am Ende gut aufeinander passen sollen, schnitze ich jetzt dieses Holzteil in eine Form. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich werde das jetzt mit dem Messer schnitzen. Statt dem Messer kann man aber auch gut eine Holzpfeile nehmen oder mit der Säge erstmal ein bisschen vorsägen. Wenn du die Form fertig hast, muss das Stück Holz nun mittig gespalten werden. Nun musst du beide Innenseiten glatt schnitzen. Ob es gut klingt, kannst du testen, indem du die beiden Stücke einfach mal aufeinander schlägst. Du kannst den Klang verbessern, wenn du die Innenseiten mittig noch etwas aushüllst. Das geht wahlweise mit kleinen Schnitzmessern, einem Löffelschnitzmesser oder du brennst das Holz vorsichtig aus. Das sollte den Klang nochmal verbessern. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Ein Abo und die aktivierte Glocke. Schräge nun die Innenseite an. Im nächsten Schritt bohrst du unten in möglichst großem Abstand zwei Löcher mit einer Aale oder einem Handbohrer. Das wiederholst du auch bei der anderen Seite. Achte darauf, dass das Holz nicht reißt. Eine Anleitung zum Nachbauen findest du auf meiner Homepage abenteueroase.de Ich habe sie dir in der Caption verlinkt. Ich verschönere die Außenseiten noch mit einem Muster, schmirgel sie ab und öle sie. Hast du Ideen für andere Bushcraft-Instrumente? Dann schreib sie gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich davon in Zukunft etwas umsetzen. Abschließend verbinde ich beide Hälften miteinander mit einem Faden. Und nun kann das große Klappern starten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.